wir haben 304 und haben Toiletten mit einem großen Spiegel dann haben wir eine Dusche hier, die Dusche ist auch groß, schön, dann haben wir zwei Kleiderschränke hier, sind groß, ne Schatz? und gefäßt hier, für jeden ein eigenes und dann haben wir hier schöne Beten, jetzt muss ich das erstmal desinfektieren, ja mach das Schatzi wir haben Kühlschrank auf jeden Fall, das ist sehr schön, Klimaanlage haben wir auch, Klimaanlage, Fernsehklein, Klimaanlage und was schön ist, wir haben einen riesigen Balkon und direkt da haben wir das hier, sehr schön cool, wie gibt es denn? cool 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 Das war's für heute.